Herzlich willkommen beim MÜ-Frag-nach-Quiz. Wir sind heute wieder mit einem wunderbaren Gast dabei, der uns mehr zu optischen Verbindungen erzählen kann. Aber Wojtek, magst du dich erst mal selbst vorstellen? Hallo, ich bin Wojtek. Ich heiße Wojtek Levojko-Agamtschek und ich bin am IZM in der Gruppe Optischer Verbindungstechnologien. Ja, perfekt. Damit bist du unser Experte. Wir haben uns ja schon öfter über das Ding unterhalten und ich habe das Gefühl, es wird schwierig, das in 30 Sekunden abzuklären. Aber wir wollen uns dem natürlich annähern. Und in der ersten Frage so die Basics klar machen. Was sind denn eigentlich optische Verbindungen? Optische Verbindungen, optische Verbindungstechnologien, das sind wir, so heißt unsere Gruppe am IZM. Und wir entwickeln Technologien und Prozesse, um das Licht von einem Medium in das andere auf der Mikroskala effektiv zu koppeln. Typisches Beispiel ist Übertragung von Licht aus einem Kern der optischen Faser, die nur so dünn ist wie ein Bruchteil des menschlichen Haars in einem noch viel dünneren Wellenleiter auf einem Halbleiterchip. Und dabei wird eine Submikrometerpräzision benötigt. Das klingt schon mal kompliziert und sehr klein. Aber was, also kannst du uns vielleicht in der nächsten Frage erzählen, was man damit denn eigentlich anfangen kann? Also was sind die Anwendungsfelder? Das größte Anwendungsfeld ist die optische Datenübertragung, die zum Beispiel ermöglicht, uns jetzt miteinander zu chatten. Und die optische Übertragung ist viel, viel schneller und energieeffizienter als die im Vergleich mit elektronischem Datentransfer in einem Kupferkabel. Und auch für die Zukunft, für sichere Datenübertragung mit Quantenkommunikationsprotokollen sind die optischen Verbindungen nicht wegzudenken, weil da werden die einzelnen optischen Photonen zu Informationsträger. Okay, cool. Also ja, wie du sagst, das ist quasi schon Teil unseres Alltags, natürlich durch die schnelle Datenübertragung. Aber du forschst ja an Zukunftsthemen. Deswegen würden wir gerne in der dritten Frage nochmal von dir wissen, was für Projekte betreust du gerade? Oder magst du was von allem erzählen? Ja, also gegenwärtig sind wir an einem BNBF-Projekt beteiligt, in dem auch unter anderem um eine optische Verbindung geht. Und das ist eine Verbindung zwischen einem lichtemittierenden Laserchip und einem Glaschip mit optischen Wellenleitern drauf. Und Ziel von dem Ganzen ist, die zuverlässigen Lichtquellen für Einsatz in Quantentechnologien zu realisieren. Perfekt, das klingt sehr, sehr spannend. Vielen Dank schon mal für die Einblicke. Und ich glaube, du eröffnest damit ein großes Feld, was wir auch quasi in den nächsten Mifrag-Nachquisten betrachten können mit Quantentechnologien und Wellenleitern. Also hoffentlich kriegen wir dich nochmal dafür. Gerne. Vielen Dank auf jeden Fall. Und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.